hey hallo servus und herzlich willkommen hier aus salzburg aus den biertasting studios mein name ist martin und ich heiße euch recht herzlich willkommen zum 18 türchen am österreichischen biertasting club advent kalender ich bin auch froh dass ich das heute abend nicht alleine rausfinden muss was da bei mir im kalender ist sondern ich habe mir gäste eingeladen und bei mir ist die steffi aus salzburg hallo steffi der floh auch aus salzburg hallo floh servus und um eine internationale runde zu machen ja wir werden heute abend biere verkosten die sich hinter türchen nummer 18 verbergen und da brauchen wir natürlich ein bier und der pascal der bierengel ist so freundlich kommt mit einem bunten blumenstrauß an bieren und danke pascal ja ich lade euch erst mal ein dieses bier ein bisschen genauer anzuschauen was ist so ein erster eindruck wie schaut dieses bier aus semmel gelb leichte trübel leichte trübung ja dann riechen wir mal rein was aromatisch sich tut was riecht ihr wie wie frisch frisch wenig aufdringlich eher leichter ja dezenter ist keine aromen bombe jetzt also dass man sagt dass die nase jetzt völlig überfordert wäre ja damit wäre fast alles gesagt ich würde sagen lasst uns anstoßen und den ersten schluck machen und auch jetzt belästige ich euch wieder mit der frage was ist so erster eindruck der first impression so ein tagesbier irgendwie was man so zwischendrin trinken kann das ist nicht stark das ist so leicht erfrischend gegen eine durst sag ich jetzt mal ist ja nicht ich meine also der brauer macht ja nur biere damit auch möglichst viel davon verkauft und du jetzt sagst wenn es ein starkbier wäre dann kann ich das unter dem tag nicht trinken okay also das ist wirklich so also wird es ist auch alkohol mäßig eher im normalen bereich ansiedeln jetzt kein starkbier ja ja ich würde auch sagen also wir sind jetzt im winter aber das wäre so ein sommerbier für mich so schön am see merkt euch das mal was ihr gerade sagt wir werden euch nämlich nachher wundern ja wahrscheinlich aber ich finde es schmeckt leicht also wir haben ein bier für jeden tag wir haben so wird sommerbier für den see yeah like a lakeside beer or maybe seaside in franz so what's your impression on this beer it's a very light very easy to drink yeah it's got slightly funky aftertaste okay that is interesting but like i don't know if i could drink too much of it funky in the sense of like like a little sourish not sourish but like it's a surprising unexpected aftertaste okay i can't quite pinpoint exactly what it is okay also ein etwas ungewöhnlicher nachgeschmack bei diesem bier der hinten im abgang dann auftaucht wir werden mal rausfinden was das ist also wenn es stark ist dann ist es gut versteckt dann ist es ja gut versteckt ja ich finde das merkt man schon an der farbe irgendwie dadurch dass es so schön hell ist was würdet ihr jetzt sagen was was könnte das für ein bierstil sein also bierstyle macht man einfach so eine idee in welche richtung könnte das gehen erstmal ist es ein obergäriges bier also so in die richtung weizenbier ale oder ist es eher ein lagerbier was richtung pilz märzen helles geht dass es ja eine gewisse trübe hat ist wahrscheinlich doch eher richtung richtung weizen obergärig aber es ist eigentlich geschmacklich eher richtung helles ich bin mir gerade ein bisschen schwer warum würdest du jetzt sagen jetzt geht es richtung obergärig ist das einfach nur wegen der farbe wegen der trübe ja dann sagt mir doch mal wie es euch schmeckt und benutzt dafür die karten die vor euch liegen von 1 bis 5 1 ist bitte lasst bei dem einen bleiben und 5 ist könnte ich auch mehr davon trinken und wenn ihr soweit seid der wäre es noch unentschlossen an die seite wird ok dann zeigt mal die karten nach oben 443 ich glaube wir liegen sehr nah beieinander eine ganz ordentliche wertung für dieses bier jetzt ist natürlich die frage was haben wir jetzt wirklich getrunken und wir erinnern uns wir haben was von dem see gehört wir haben was von einem täglichen bier gehört und wir haben was von einem easy drinking bier gehört so darf ich dich nur mal bitten am kalender jetzt das geheimnis zu lüften du hast die große ehre türchen nummer 18 aufzumachen und uns quasi zu erlösen und kommt ein bier zum vorschein das ist das golde golde bio zwickel und die golde brauerei ist eine brauerei die aus dem burgenland kommt dies am neusiedler see und ist tatsächlich eine brauerei da haben wir den see abgedeckt und ich habe dann ist es in der weinbraugegend und ich habe mit dem markus sautner dem dem junior chef der brauerei mal geredet und habe gesagt du wie ist denn das wenn man darf ich kurz bitten dass die flasche da vorne hinzustellen wie ist denn das wenn man in einer weinbau gegend eine brauerei aufmacht funktioniert denn sowas und da hat er mich angegrinst und gesagt du wirst kaum glauben wenn die winzer vom feld von der lese kommen ist das erste was sie brauchen ein gescheites bier und insofern das ist genauso dieses feierabendbier was du gesagt hast und easy drinking auf jeden fall ist eine eine gegend wo einfach richtig gut zünftig tolles bier getrunken wird und die golde brauerei ist da wirklich so ein leuchtturm im burgenland die in diese bierkultur pflegt also da haben wir glaube ich heute sehr gut uns auf das ziel hingearbeitet wir haben das sehr tolle wertung bekommen und wer so gut mitarbeitet kriegt auch ein geschenk denn es ist ja bald weihnachten es gibt wie immer entweder ein biertasting pin oder das metall schild ihr habt die freie auswahl flo was ich werde nicht mal wunderbar dann haben wir die geschenke verteilt wir haben das bier geklärt und würden uns freuen wenn ihr uns eure meinung natürlich auch in der biertasting app mitteilen würde da habt ihr die gelegenheit auch von 1 bis 5 zu bewerten seid ehrlich die brauereien freuen sich über nichts mehr als über ehrliche antworten und die biere vielleicht noch ein bisschen besser zu machen und kalea freut sich weil sie herausfinden was ihr gerne in den biertasting club advent kalender hättet und dann sehen wir uns morgen wieder der beste weg dazu ist wenn ihr den kanal abonniert und nicht vergessen die glocke drücken dann gibt es eine nachricht wenn es hier wieder ein neues video gibt wie gesagt morgen wird das schon der fall sein und bis dahin beschäftigen wir uns jetzt noch mit dem goldspiel und ich danke dass ihr alle dabei gewesen seid und prost so